Hallo, mein Name ist Lenka Dibbern. Ich bin die neue Erstkraft bei uns in Kaltenkirchen der Darm-Oberbekleidung. Passend zu unseren 111 Jahren möchten wir Sie gerne am Sonntag, den 10.10. bei uns von 12 bis 17 Uhr zum Verkauf von Sonntag einladen. Vorne am Eingang gibt es einen kleinen Sektempfang für Sie. Wer möchte, ansonsten im District haben wir eine coole Bar für euch aufgebaut, wo ihr für 1 Euro eine Kiezmisch erwerben könnt. Außerdem haben wir noch eine schöne Aktion für Sie bei uns im Hause. Wir haben ein Glücksrad für Sie, da können Sie schöne Gewinne für sich erdrehen. Seit Anfang Oktober haben wir bei uns einen wunderschönen Mango-Shop, wo Sie ganz tolle herbstliche Looks shoppen können. Da ist bestimmt auch was für Sie da mit dabei. Neu haben wir außerdem die Marke Miss Good Life, die Sie wunderbar farbenfroh durch den Herbst begleitet. Besuchen Sie uns gerne zum Verkauf auf einen Sonntag am 10.10. Wir freuen uns auf Sie. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.